Wie oft denn noch? Nee, weißt du was? Zwar nicht, komm. 3.600. 5.600 gegeben. 5.600. Perfekter Gewinn. 5.600, schon wieder ein 10er aus. Ich bin happy, boah. Der schreit mir. Oder was denn noch? Boah, nix. Achter wär lecker, angenehm. Amen. Ja, mal 5, aber nicht 4, Mann. 10, 20er. So, jetzt Arme, Arme, 2 Lila. 2 Pokale, 2 Lila. Nur die Arme wenigstens. Arme muss, Lila kommt auch noch. Guck mal, Arme muss doch. Jetzt Prost, Arme. Nee, doch nicht. Schwirr. Ja, mal 8 wenigstens. Okay. Nimm mal mit, Alter. Weck wenigstens. Aber 2 Mille, Bruder, bezahlt. Komm, Alter. Boah, die Kronen. Gibt 3 X. Ist okay. Komm, Alter. Blau noch. Ringe sind nicht dabei. 2 Rote vielleicht. 1 Rote. Alles berechnet. Ich hab noch 2 Mille bezahlt. Was für 1? 1. Komm, Gelb. Immer noch 1,5 zu wenig. Komm. Das hätte er geben können, wäre Geld zurück. Muss noch einmal geben was. Ja. Geld zurück. Mit. Plus halt. Noch was. Noch was. Blau. Ja, geht nicht mehr. Egal. Nimm ich mit. Wenigstens Geld. Aber es ist immer noch Minus mit den anderen, das Spielen. Ist okay. Ist okay. So plus, minus, null. Ja. Jetzt noch einmal was geben. Rechnet doch. 30 jetzt. 30 jetzt mit den 10. Ich bin zufrieden. Ich schwöre. 30 mit den 10. Keiner kann mit mir mehr reden. Ich bin zufrieden. Ich gehe offen. Ich gehe schlafen. Ich gehe mit mir, deine Mutter. Ich gehe mit der Power, aber da ist sie nur 2 und so. Ich gehe mit mir, deine Mutter. Fearless. Fear my power. Charging. Slust your victory. Free space. Replace. 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 ein bisschen. Arme hoch, Arme hoch. Mach doch den, Kronen ist drin, Kronen ist drin. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Einmal, ja, egal, 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 nehmt man mit, nehmt man mit, egal. Arme hoch, Dick. Schrott. Guck mal, wie traurig. Arme hoch, Uhren grün. Arme hoch, Pokal gelb. Ja, einmal, zwei, zwei, Bruder, gib doch, warum gibst du bei jedem, muss ich erst so, damit du mir auch mal diese 500 zeigst. Ja, Arme hoch, das brauche ich gerade. Noch mehr. Einmal nicht 2x. Lecker. Lecker, ja. Lecker kann man auch nicht sagen. Arme hoch und Rot-Blau. Arme bitte noch einmal hoch. Sag noch, bitte, nicht mal ein Kind. Ja, egal, nehmt man mit. Ja, was willst du mehr, Bruder? Nimmst du mit. So. 30 sind wieder drin. Für den 30 muss ich machen. Das ist der, der den noch spielt, ich schwöre, der ist der Einzige da noch kaputt. Der, der den noch spielt, der ist kaputt. Gleich bringt uns das. X2J ist nicht, ich schwöre, Bruder, das ist nicht normal. Der sieht wenigstens nicht ganz so kaputt aus. Aha, Bananenverlängerung-Bombe. Millionenverlängerung. Eine Verlängerung drin und Bombe. Nicht eine 5er-Bombe, da hilft deine Verlängerung nicht. Nein, ich freue mich nicht. Ich war bei 13 mit den 10 Grad. Vor 10 Spielen muss der knallen. So, jetzt eine Knaller-Bombe. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht in die Tonne hauen. 100er-Bombe. 20er, ich glaube das ist. Hat das Problem, der speichert die X nicht wohl. Der muss direkt schon eine 100er-Bombe knallen oder sowas. Aber mit Bildern leider, was bringt das denn? Bomben-Ack. Bomben. Aber eine dicke Bombe, Mann. Und noch eine dicke Bombe jetzt. Keine 100er-Bombe. Ohne 100er-Bombe ist er ausgeschnitten. Geld zurück. Aber das ist jetzt Gewinn. Das ist Gewinn. Wenn er noch was geben würde. Aber... Hä, guck mal, ich kriege die Krise. Wer länger. Gibt doch noch ein Bild. Was sollen denn mal diese Freirunden jetzt? Echt? Diese Drecksfreirunden. Guck mal, was für ein Bild. Da, 100er-Bombe. Noch ein Blau. Ey, ist das ein Blau oder nicht? Blau, Melonen, Trauben, eine Traube, eine... Das ist hart. Gibt er nicht mal noch einmal Trauben, noch mal Melonen, ein bisschen da. 20er-Bomben sind schon seltsam. Haut eine 100er-Bombe tatsächlich raus. Bananen, Trauben, irgendwas. Ja, eine Bombe noch, Mann. Ey, noch eine Bombe, Melonen. Eine Bombe noch. 12er, nehme ich mit. Egal, Bruder. Immer besser als gar nicht. Ha, Geld zurück. Noch nicht mal. 120 Euro fehlen noch. Wie gibt er denn? Guck mal, 3 Freirunden. Ich strahle ihn drücken, so. 5 Euro mit 100er-Bombe, ich schwöre. Guck mal, Geld zurück gibt er nicht. 24 Euro will der Clown. Der will 24 Euro clauen. Gibt er doch auch. Was kaufe ich da mit 900 XP, oder? Ich schwöre. Super. Das ist schon 15,3 Spiele. Die weiße noch was. Müll. Wow. Wow. Das ist für ein Abzug. Ich schwöre. Ich schwöre dir, was für ein Packzocker. 20 Mülle tut weh. Die 8 waren egal. Waren 48. Jetzt nur noch ein 2. Das ist so Absturz. Dann hat der Geld zurückgezahlt. Ja. Die geben nicht, was du willst. Die gehen dir nicht. Was du willst, tippst du mit dir nicht. Jungs, es war nett mit euch. Eigentlich seit ich online komme nur Brandt, aber war trotzdem lustig. Jungs, wir hören uns. Passt auf euch auf. Und stringt. Was hat das stringt? Wir hören uns morgen. Peace out. E-Town. R-R-R-R-R-R-R-R. Bis zum nächsten Mal.